Wer meine Bilder gesehen hat, kennt meine Palette. Meine Palette bedeutet nicht eine Palette, sondern die Paletten. Die vielen, vielen Paletten, die man braucht, um die vielen Facetten im Leben zu sehen. Und mit der Palette eines Künstlers versteht man eine ganz bestimmte Art des Farbauftrags, des Farbmischens, die eine ganz bestimmte Farbqualität, ein Farbspiel erreicht, was allen Bildern, die man schafft, verwandt ist. Naja, und wenn man diese frisch gesäuberten, aber dennoch lustigen Gesellen an der Wand sieht, weiß man, die Farben fühlen sich bei mir recht artgerecht aufgehoben.